Ich will Ihnen einmal antworten mit einem Satz, den Thomas Mann einmal gesagt hat, in einem privaten Kreis. Da sagte er, dass die Schauspieler, das ist jetzt komisch, dass er sie mit den Glühwürmchen verglich, die am Tag wie die anderen Insekten unscheinbar herumflögen, aber nachts unheimlich an zu leuchten fingen, versangen. Und das sei also doch, und dieses also, das scheint mir eine sehr typische Formulierung, eine richtige Formulierung zu sein. Dass man irgendwann abends, wenn die Lichter brennen, da bekommt es einen und dann kommt eben das, was unseren Beruf eben so herrschlich macht.